hallo ihr lieben herzlich willkommen zum vierten video von meiner kleinen kurzerie wo ich euch hier auf alte videos von mir hinweisen möchte heute geht es um einen weitwinkel test natürlich ist er jetzt vielleicht nicht exakt das was ihr euch wünscht an objektiven das kann ich auch nicht weil das ist ja ein alter test aber es sind gute objektive dabei ich möchte euch einfach nur mit diesem video mal daran erinnern dass es sehr sinnvoll sein kann dass man objektive selber in der hand hat und eben testet und nicht auf ja ehrlich gesagt ganz viele reviews zu gehen die ein objektiv meistens vorstellen und selten objektive vergleichen und selber ist man einfach besser dran man spürt die haptik man spürt die qualität und dafür ist eben ein fachgeschäft gut wenn ihr also objektive euch kaufen wollt irgendeins dann vielleicht doch mal ins fachgeschäft gehen und sagen hier zwei drei objektive das würde ich gerne mir mal ansehen habt ihr die da könnt ihr die besorgen kann man die vielleicht auch ausleihen und dann könnt ihr euren eigenen objektiv test machen so wie ihr eben mit dem objektiv arbeiten wollt das ist auf jeden fall der bessere und günstigere weg zum richtigen objektiv zu kommen denn ein falsches objektiv das macht keinen spaß aus diesem grunde dieses video link unten hier irgendwo im abspann und in der infobox je nachdem wie ihr unterwegs seid könnt ihr da direkt drauf klicken und euch das video ansehen danke euch und vergesst nicht kommentieren und das liken danke tschüss